Richtig, schneid deine Schie am besten hier ab. Oder willst du hier rüberfahren? Nee, weiß nicht, dann fangen wir hier hoch. Kann jemand bitte mal dem Herrn Lukas helfen kommen? Kann doch mal alleine aufstehen, ich bin halt gebrechtig. Ich schaff das selbst, ich bin aus den Türen raus. Jetzt will ich hier ein Video mal meine Barmherzigkeit zeigen. Okay.